Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Teerentferner löst schonend und gründlich Teer- und Ölflecken von Lack und Chrom, sowie sonstige hartnäckige Verschmutzung, wie zum Beispiel Aufkleberrückstände. Selbst unter Bodenschutzspritzer werden schnell und vollständig entfernt. Die Verschmutzung mit Sonax Teerentferner einsprühen und ca. eine Minute einwirken lassen. Er verdunstet nur langsam und ist daher besonders sparsam im Verbrauch. Danach die Rückstände mit einem weichen Tuch abwischen. Wegen seiner gründlichen, aber schonenden Rezeptur ist der Sonax Teerentferner besonders Lack und Chrom verträglich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017